so wir sind live und gleich zu beginn habe ich bin ich in den berg geflogen sehr gut weil ich hier geguckt habe ob das stream läuft in der stream und wir wollen eine stunde spielen also gar nicht so lang stelle ich mir gleich mal weg aber so weg her was haben wir gesagt 19 uhr okay so schlecht dafür dass ich gerade mal gegen den berg geflogen bin ich auch gewassert ich krieg dich ich kriege dich okay ich krieg dich nicht vielleicht kann ich dich retten okay das war unser ist aber okay weil der war schon kaputt das geht gut los na ja immerhin hier herkules bekommen und eine kokade und eine neue abdeckung dann bin ich ja bald durch ich mit ihm und kann endlich mich auf was anderes stürzen finde ich gut in drei endlich weglassen können wir ihn endlich hinter uns lassen das finde ich gut wo stehen wir denn ist das schon der a52 das ist der a5 ich habe eigentlich den u2 auch schon fliege ich den da nicht so man weiß es nicht man weiß es nicht hohe nacht das sieht ein bisschen aus wie ein grafikfehler soll aber nacht sein und es ist nicht nur nicht nur nacht es ist auch noch bewölkt okay zerstörer können wir nicht da ganz viele schaff ganz viele fracht und patrouillern schiffe können wir uns wenigstens ein bisschen mit aufhalten sind doch endlich die blöden lichter weg na besser viel besser ja ich hab ihn auch weggerahmt das ist aber schon verwirrend hier mit den ganzen lichtern wirklich aus dem grafikfehler oder ein bisschen fliegen wir doch lieber nach unten unter die wolken glaube das funktioniert besser ja das funktioniert besser na komm hallo gerade noch gesagt dass es besser funktioniert hallo nachladen was 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 Wasnam will keiner landen doch da würde schon sagen Okay, ich glaube, ich sollte auch gleich mal landen. So viel ist schon so schwarz. Ja, das war so schlecht. Oh stimmt, meine G14 hat ja jetzt die Superkanone, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Sind wir aber mal gespannt. Habe ich da für Munition eigentlich schon rausgesucht? Braue ich nicht. Was geht denn hier ab? Ja, Terror. Boah. Boah. So, einmal drehen und dann habe ich dich. Okay, oder andere haben dich. Naja, das muss ja nicht unbedingt schlechter sein, wir sind ja alle ein Team. So. So. irgendwo müsste doch was Oh, ich glaube, das hat mich überholt. Drei Stück. Uhu. Wow. Oh, da will mich aber einer haben. Nur weil ich schon brenne, oder was? Na gut. Was soll er haben? Der Ulf. Ne, ich möchte jetzt die fertig haben. Den kann ich noch genug skillen. Tududu. Ja. Tududu. Tududu. Tudu. Go, go, go. So gehörst mir. Verdammt. Na gut. Team und so. Tudu. Hm? Ist es denn? Nicht schlecht. dafür habe ich den gekriegt nicht schnell genug gezogen dann schon den problem noch weniger hat er sieht so gut aus 8 ok du willst landen sehr gut das war schlecht oh Nicht gut Oh, Erwin Weiß genau, was du vorhast Aber das wird nichts Das ist ziemlich schlau Aber nicht mit mir Das hat er gut gesehen Dass hier keiner ist Das muss man ihm ja lassen Der Flugloss wurde von weit eingeladen Wir müssen etwas tun Und so schnell Sag mal Hast du mich gerade gerammt? Ich meine, ja hast du, aber Komm, den kriege ich noch Komm, dich kriege ich noch Nein Nein Nein, abbrechen Na komm, was Kosti Oder? Ach nee Es lohnt sich nicht Kann ich nicht einfach zum Hangar? Warum muss ich denn den Gutschein einlösen? Verstehe ich nicht Ich wünsche mir nicht Silberleinz, wa? Hauptwährung Premiumwährung Keine Freunde online Das ist auch gut Haben wir irgendeinen tollen Titel? Ne, ne, immer noch nicht Kann gar keinen Titel wählen Ich erfähne mir denn noch Okay Okay Oh ja, da fehlt mir noch einiges Oh, strahlgetrieben kann ich mich nennen Nennen wir uns strahlgetrieben? Okay 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 Vielen Dank. So, wir wollen endlich da steigern. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Wie kommst du denn eigentlich schon so weit hier? Und wieso fliegst du so hoch? Ach, verdammt. Kann ich mir nur einem kleinen Bürger nicht hinterher. So, wir sind immer noch Kampfeinstufung 6-0, ne? Und diese Wolken, aber da unten ist einer, da sind sogar zwei, die mir gefallen. Ah, die sind vom gleichen Team, deswegen. Dann schießt man doch immer erstmal auf den hinteren. Oh, da will mich einer, oder? Ja, der will mich, der kriegt mich aber nicht, weil er nämlich, okay, sich mit jemand anderem angelegt hat. Oh, da, oh. Hat er sich langgelegt? Scheint fast so, aber der hat mir mein Heck fast weggemacht. Und ich habe ein, zwei Löcher. Alles okay. Tch, 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 Tch. Vielen Dank. Ja, komm her. Auge um Auge, ha? Ne, ihr seid aber ganz schön dreist hier. Da unten, wie viele blaue sind da? Ach nein, da sind schon ein paar. Okay. Oh. Na gut, so ohne Heck und so. Schon schwer. Okay. 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 Achso, nee. Mist. Fast. Fast. Versteckte Basis im Pazifik. Das kann nur gut werden. Versteckte Basis im Pazifik. Ich bin direkt hinter euch. Für dich und Wankise. Und direkt hinter euch. Da kann nichts mehr passieren. Ich mag die Karte. Oh, da ist ein Zerstörer. Zerstörer kann ich nicht. Zerstörer kann ich nicht. Ich mag die Karte. Okay, nachgeladen. Zerstörer kann ich nicht, wie gesagt. Was sind die denn alle? Was sind die denn alle? Haben wir keine Feinde? Doch. Hm. Oh, da sind welche. Das ist aber auch viel blau. Okay. Das war so nicht geplant. Verdammt. 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 Was ist das? Was ist hier denn los? Monsieur Schildi. Oh, da habe ich noch gesagt, ich mag die Karte. Und irgendwie ist ja noch keine Butter vom Brot gezogen hier. Ich mag euch nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ah, also. Ah, also. Oh, wir haben schon gewonnen. Ja. Das war ja... Okay. Okay. Jetzt holen wir es uns. Das ist ein Scheißwetter. Okay. 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 jetzt muss ich hier wieder landen ja mal erst wenn die zwei da weg sind wo wir sind aber wir sind aber wie schon es ist jetzt Zeit nicht zurück zu erobern Das war's für heute. Okay, ich hoffe, das hat gereicht, um zumindest den voll zu machen. Mehr will ich ja gar nicht. Und da habe ich eigentlich das Ziel für heute erreicht. Wir haben den Zugriff eingelommen. Der Feind darf ihn nicht in die Hände bekommen. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Du brauchst Hilfe, hm? Dann wollen wir dich mal retten. Ups. Jetzt brauche ich Hilfe. Wer rettet mich? Hallo. Ach, keiner. Komm, da musst du gucken. Ach. Ach. Hin fort. Ja, damit kann ich leben. Warum sind wir denn da nicht bestes Squad? 18 Auszeichnungen. Ach so. Ach, es geht nach den Auszeichnungen. Gar nicht nach den Punkten. Gut zu wissen. Wir müssen etwas tun. Und zwar schnell. Wir müssen etwas tun. Und zwar schnell. Oh, ich hole ich mir. Oder? Ja. Ja. Ich hole mich. Okay. Mm-hmm. Dich habe ich noch mitgenommen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Scheiße, das hat mich... Das hat mich doch getroffen. Ah! Ach, ungelenkt wahrscheinlich. Ja, also... Ungelenkt... Von nicht amerikanischer Flugzeuge. Dritter, neuer Einspritzer. Und damit haben wir das Etappenziel erreicht. Und wir könnten das Fahrzeug wechseln. Wuhu... Wuhu... B6R3, wo schwebt die... W6R3, wo schwebt die denn? Wie sieht's aus? Okay, dann kannst du nämlich skillen, auch wenn du noch Rang 3 bist. Kannst du jetzt das kannst du jetzt da skillen. Und da... Und da... Und da... haben wir euch schon... Haben wir euch schon... Nein, haben wir noch nicht. Haben wir 200.000? Ja, haben wir... Bitteschön. Genieß das. Okay, dann habe ich jetzt überall wieder was zum Ausbilden. Richtig? Richtig. Okay. Dann wollen wir mal. Schauen, was meine neuen Flieger so drauf haben. Ja, sonst muss ich sie sowieso skillen, sonst sind die so lahmarschig. Deswegen beginnen wir mal mit dem G14. Mit dem Gustav. Der müsste eigentlich schon relativ weit sein. Hat sich irgendwie meine... Kampfeinstufung geändert dadurch? Jo, 6-3 jetzt. Na gut. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Das war knapp. Das war knapp. Ja, das war knapp. Mit dem und ich habe das Gefühl, ich brenne. Raus mit dir! Okay, mein Wecker klingelte, das heißt letzte Runde, habe ich schon eine Sekundärbewaffnung? Nein, habe ich nicht. So, dann wollen wir mal gucken, was der kleine Bürger hier kann. Grundsätzlich noch nicht ausgebildet, also relativ assi. Aber wir gucken mal, ob wir das mit den Flugkünsten ein bisschen wettmachen können. Ich meine, gut, gegen sowas sollte es eigentlich gehen, wenn er nicht schon vorher kaputt ist. Ah, doch, okay. Da haben wir doch... Da haben wir doch was. Ja, vielleicht auch nicht. Aber dich, dich haben wir. Och, Mensch, Jungs, das ist aber fies. Ich meine, ja, Team und so, aber wo sind denn eigentlich... Okay, das war für ein Arsch. Kann man nicht anders sagen. Kann ich noch? Kann ich noch? Nee, krieg ich keinen mehr. Okay. Na gut, dann die gute alte Hornisse. Lange, keine Ahnung, ist er mehr geflogen. Naja, da sind schon so viele dran. Das lohnt sich eher nicht. Okay, meine neuen Flieger sind nicht so gut im Moment noch. Nein. Der Feind hat die Initiative. Pilot ausgeschaltet! Fuck you! Machen wir gleich nochmal. Wir haben ja irgendwoher Gutscheine geschenkt bekommen. Das soll hier vier auf einen gehen und da vorne fliegen sie alleine rum. Ah, die Schussfolge ist zu langsam. Zack. Was, du bist schneller als ich? Respekt. Okay. Ist auch schon weg. Na, wo bist denn du? Na, du bist Feuerball. Okay. Zusammenarbeit. Sehr gut. So, letzter Flieger. Dann ist Schicht im Schacht für heute. Komm her. Okay. Okay. Komm her. Was ist das? Tja, was war es? Das war es, wir warten noch kurz ab, bis das Level zu Ende ist. Und dann, dann war es das für heute. Feindliche Truppen angreifen! Ja, wir verlieren! Das war mal knapp. Ich wollte schon sagen, das macht er nur ein paar Mal mit hier. Was bist du denn für ein hässliches Gerät? Du hast da was. Okay, wir haben eine Niederlage, wir waren richtig schlecht. Aber wir brauchen auch hierfür... Oh, okay. Vielleicht werden wir ein bisschen besseren Moon haben. Und was fehlt uns hier? Ah, hier sind wir gut dabei. Hier machen wir fein die G-Kräfte. Hier haben wir noch gar nichts. Gar nichts. Hier nehmen wir mal die Alts weg. Aber es wird Zeit, dass wir die hier kriegen. Das wird aber noch dauern. Hiermit sind wir ganz zufrieden. Kommen wir auch ganz gut voran. Okay. Nichtsdestotrotz, ich bin weg. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.